Moin, heute stellen wir euch die neuen Schutzbrillen von Edge Eyewear vor. Diese sind alle nach dem Military Combat Eye Protection Systems zertifiziert und kommen mit einem Hardcase daher. Zusätzlich wird ein Mikrofaserbeutel mitgeliefert, welcher auch als Brillenputztuch genutzt werden kann. Auch ein Brillenband ist im Lieferumfang enthalten. Diese werden an den Bügeln befestigt und verhindern so den Verlust der Brille. Um einen sicheren Halt und hohen Tragekomfort zu gewährleisten, hat Edge Eyewear die Brillen mit einem gummierten Nasensteg ausgestattet. Bei der Urgent Fury und der Arc Light ist dieser durchgehend stabil. Bei der Phantom Rescue ist dieser weicher und flexibler und zusätzlich eingekerbt, was ein Verrutschen auch an heißen Tagen fast unmöglich macht. Alle Edge Brillen schützen vor UV, UVA und UVB Strahlen zu 99,9 Prozent und die Urgent Fury hat auch eine Brille noch im Programm, die einen Laserschutz bietet. Aber das wirklich Besondere ist die VaporShield Anti-Fog Beschichtung der Brillen. Jeder Brillentrier kennt das. Wenn man vom Kalten ins Warme kommt oder heißen Luftzirkulationen ausgesetzt ist, beschlagen die Brillen Gläser. Die VaporShield beschichteten Gläser aber beschlagen nicht, wie wir hier ganz gut sehen können. Natürlich gibt es die Brillen in verschiedenen Varianten, auch nur mit Clear, Smoke, Photochromic oder polarisierten Gläsern, ob mit unterschiedlichen Farben im Rahmengestell oder als Set mit den verschiedenen Gläsern etc. Wahlweise dazu auch noch optional erhältliche Brillenbänder, Ersatzbügel oder auch diverse Korrekturglaseinsätze für die unterschiedlichen Modelle. Das waren die Edge Brillen kurz vorgestellt. Sollte euch das Video gefallen oder ihr Ideen für weitere haben, schreibt das gerne in die Kommentare und vergesst bitte nicht ein Abo dazulassen und die Glocke zu klicken. Wir sehen uns. Tschüss.